Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, und zwar zurück zu Magic. Die Hand war schmisst. Okay, ja. Die behalte ich, und... Die ist weg, zwei Kreator. Ja, die erste Hand war ein bisschen blöd, darum, ähm, ja. Oh, zwei Züge, wo ich dafür anfangen. Umzug deines Gegners. So. Gut. Eins, drei, wir beide sind nicht tot. Hm, okay. Ich wollte gucken, ob er den mit einem Schaden durchlässt. Oh, sieben Mana. Das wird teuer. Hm. Oh. Äh, dann ist meine Kreatur hin. Ne, ich mach keinem Lock und nehm die fünf Schaden. Was hab' ich da? Was hab' ich da? Schock. Schock für... Äh, zwei Punkte. Hm. Müsste ich ihn blockieren mit den beiden? Dann schock spielen. Dann schock spielen. Ne, keine Anwürfe. So, beenden. Hm. Hm. Vier... Ursacht Trampelschaden. Wenn ein Hexe rein ins Spiel kommt, erzeugt einen Speisestell. Da... Da. Ja. Alter. Doch, ich muss ihn töten Ja, der braucht auch wieder 7 Ok, mein Deck hat ein bisschen hohe Kosten, wie ich es gerade merke Aber Für 2 Schaden Waren zu, hehehe Ok Nein, die Runde habe ich jetzt verloren Wachsamkeit Ja 4 Schaden 2 Füge Ich habe mich zwar so gut gehalten, wie ich konnte, aber Das ist Ähm Ja Zu Ende Gut Noch ein Spontan Zauber Jo Hm Niederlage Äh, 2, 3 Kreaturen Dann sage ich mal behalten Oh Ok Es geht schon so los Was? Das ist eine fliegende Kreatur? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ok, sie spielt Grün-Blau Den einen Schaden muss ich halt Und fliegende Kreaturen können nur fliegende Kreaturen Trampelschaden Trampelschaden Blocken Spontanze Boah Ah hier, ich habe auch eine fliegende Kreatur Die müsste ich eigentlich Gleich ausspielen Ähm Wenn Das Spiel kommt zu ihr eine Karte Hier Jetzt habe ich Ähm Ja Ich mache mal Angriff Gucken ob er blockt Nein Gut Was habe ich da? Ok Das ist gut Weil Die bekommen Immer Wenn du eine Kreaturen Spruch Wirkst Äh Ja Dann kriegt er Plus 1, Plus 1 So So Habe ich auch eine fliegende Kreatur Ja So 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 Doch mit den Ballen Halt Mit dem grafe ich nicht an Weil ich habe keine fliegende Kreatur mehr zu blocken dann Okay Okay So Spontan Nicht Kreatur Spruch Mach's Mach's Ja Sind Ostern Friedhof Ohne Mana kosten Okay Das ist So So Okay Ich wollte den zwar mit dem zwar angreifen Okay Fertig Okay Fertig Also Also Trampe Schaden Fügel Ja 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 Zwei Schaden zu Ja ich habe jetzt gerade dem Gegner Ich habe den Gegner jetzt erstmal den Schaden reingedrückt damit ich überhaupt was in der Hand habe Bei einem Vierer konnte ich so schlecht blocken Was macht die denn immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle Äh Verwende Hey sich dann immer Zieht sie eine Karte Okay Hey sich Ach Hey sich ist dafür gedacht Ähm Sich immer die oberste Karte seines Decks anzugucken Und dann zu entscheiden Ähm Will man die jetzt ähm Bestätigen Fertig So Ähm Vier Also Fünf Sechs Sieben Vier hat sie noch Also lasse ich einfach mal weiter Und sage nur mit den beiden Angriff Nächste Runde könnte sie ja ähm Was dagegen machen Weiter Sie blockt überhaupt nicht Zu bänden Ähm Und ja Ich bin jetzt mal gespannt was Mein Gegner jetzt so als Antwort parat hat Also verloren hat sie auf jeden Fall Okay sie schmeißt alles erstmal in den Mana Pool Gut Gut Verursacht immer wenn Okay Ähm Ja Das ist dann so Die Beine haben Trampelschaden Und Okay Ähm Ähm Ah Ja Oh Fuck Zu Oh Ja Nur der greift an Aber wegen fliegende Kreaturen Er kann keine fliegenden Kreaturen blocken Gut ich nehme hier halt den Oh man Ja Ja Sieben sieben Super Pfff Okay Aber Alter 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 Okay Ne Die sieben schaden muss ich jetzt schlocken Alter es ist auch eine fliegende Kreatur Na klasse und die kann ich nicht so leicht Zerstören Zerstören Super Ja Ja Was jetzt nun Angriff kein Angriff nicht mehr Ich habe mein gesamtes Mana verbraucht So So Bestätigen Bestätigen Ja Na Zieh Nassern Zauber Du bist tot Und da hoffe ich einfach drauf Hm 9 9 9 9 9 9 9 9 Okay 12 12 12 verloren Schade Schade Macht nicht Gehört halt dazu Und die haben sicherlich aber ich habe knapp gewonnen ganz knapp ganz knapp ganz knapp ganz knapp verloren Ja, 12-12 direkt tot. Ja, okay. Okay, sie hat sehr gut gespielt, aber so, ja, sie hat wirklich sehr gut gespielt. Ich habe, ich bewundere sie, also sie können hier sehr gut spielen. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ruhig ein Like da, abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Falls ihr Tipps und Tricks habt, ruhig ab in die Kommentare. Und ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.